Achtung, wir gehen gleich hoch in die Luft. Wir werden gleich fliegen. Geil. Ablenkung, Smoke. Ja, geile Ablenkung, Smoke. Wollen wir jetzt eigentlich... Wollen wir hier zu den Bergen... Wir werden dann ganz an die Halle ranfahren. Hier, wo wollen wir hier zu den Bergen... Wir werden ab hier laufen und hier oben dem Berg sind wir schon. Wenn hier oben wir hier sind, wir sind so tot. Ja, super. Hier auf dem Berg. Oh nein! Ich trau mich nicht! Ich trau mich nicht abzusteigen! Warte, ich schieße sie kaputt! Warum steigst du denn nicht? Warum traust du dich nicht? Auf dem Herzen Platz, ne? Oh Mann, ist das nicht... Ja, Alter. Ich hab's heute gesehen. Eine Pfanne, ja. Wenn wir die Pfanne wegnehmen, das ist auch noch was geiles dran. Wir sind da oben am Berg. Klasse, die sind so... Alle oben drauf liegen. Aber ich brauche noch einen Scope, Alter. Lass uns zu den beiden hingehen, da. Okay. Ja, du bist so... Das ist eine gute Zone.